Ihr versteckt mich auf der Frauen-Toilette. Woher zu gehen? Woher zu gehen? Woher zu gehen? Ich weiß nicht. Rot-weiß, rot-weiß. Aber die roten Punkte sind sehr fair gesetzt. Wirklich sehr, sehr fair. Es ist auch nicht übertrieben. Ich glaube, ich habe da gleich noch einiges zu sagen zu der Kampagne. Och, und da rutscht Extreme Wars. Level 9! Da hat jemand auch richtig Spaß gehabt anscheinend, der wir kreieren. Ja, wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Lolololololololololololololololololololololololololo. Das ist mein erster UNO-Mix, ich glaube, hier irgendwie Route by Emberstein benutzt. Mit gutem Grund. So, da gehts. Rutschi, rutschi! Und Trichter-Prinzip. Oh, was ein Trichter-Prinzip. Was ein Trichter-Prinzip! Was ein Trichter war das! Das ist ja unglaublich, ne? Also wenn man die Trichter angesehen hat. Woh, 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 woh. Was ist denn jetzt los? Wollen wir mal schauen. Ey! Es sind nur weiße Linien, weiße und rote Linien, was soll ich sagen? Aber ihr habt ja euren Spaß anscheinend dran, also mach ich weiter. Es sind nur rote weiße Linien, wenn der Panzerfahrer... Nein, lieber nicht der Panzerfahrer, wer. Da hat mir, ich weiß nicht, wer das gewesen ist, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, der Felix ist ein, zwei das gewesen. Da hat mir, er hat mir drei oder vier Videos antworten, hat die letzte Barts geschickt über den Panzerfahrer, über den Autofahrer, was weiß ich nicht mehr, alles für Fahrer. Und da hat sich kein Spaß draus gemacht, das fand ich auch ganz wichtig. Level 10, Ende, oh nein, du musst dich jetzt auch so um ein Gesicht machen oder was? So, oder so, keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wie das meint ihr das, wie das am nächsten Gesicht. Warum muss das so verbogen sein? Das ist gar nicht realistisch. Jaja, das war jetzt Zuckersüge, ne? Was haben wir da jetzt noch? Also wir haben, erst mal sagen, bla bla, Zuckersüge, also den Namen bla bla hat sich diese Kampagne nicht verdient, wie ich finde. Sondern eigentlich was viel besseres. Habe ich sie so genannt, sollte ich sie so nennen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr schöne Kampagne, auf jeden Fall Vorbild. Also bei dir war wirklich jede Kampagne, jedes Level anders gewesen. Das fand ich sehr, sehr nett. Es war auf jeden Fall abwechslungsreich und auch besonders deine zwei schönen Zeichnungen, sag ich mal, dazwischen. Wo ich habe mir auch gut gefallen, da hatte ich auch mal selber was zu sehen gehabt. Hat richtig Spaß gemacht, das zu erkunden. Also so kann man natürlich auch ein Level gesteilt, einfach so eine kleine Erkundung zu machen. Aber das ist natürlich sehr, sehr, sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Das sind dann die ganz besonderen Level, finde ich. Also, wen haben wir jetzt noch? Haben wir den vorhin Ravencris? Ne, den hatte ich noch nicht. Äh, okay, bla bla, das haben wir, das haben wir. Ne, hatten wir bla bla, bla bio hatten wir noch nicht. Wir haben Lobster haben wir, wir haben... Wir haben Moe haben wir, wir haben Zucker Zero haben wir. Aber vorhin Ravencris haben wir noch nicht. Dann geht der als nächstes dran. Oh, 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 oh. Jetzt geht's hier voll die Party ab, ey. Oh, jetzt geht er noch mehr die Party ab. Und, oh, es geht so... Irgendwie spricht man Ball einfach rum, wie er möchte. Geh ich hier heute runter. Au. Damit hätte ich rechnen müssen, dass da gleich auf der linken Seite auch noch so ein Ding kommt. Oh, jetzt... Oh, Alter, das ist ja ein richtiger Speedrun hier, was man hier machen muss. Das ist ja gar nicht mehr lustig. So, jetzt hier lang. So, hier lang. War da eben einfach... War da eben einfach Schluss gewesen? Hat er mich gerade voll verarscht? Das ist ja voll gemein. Das hat er gerade noch nicht gemacht haben. Puh. Ich schätze mal, dass ich hier rauf muss. Und dass ich von mir aus dann springen muss. Ja, so sieht gut aus. Aber... Okay. Ich sehe schon, man muss sich ja sehr viel seinen Teil denken bei dieser Kampagne. Zumindest bei diesem Level. Ja, ja. Machen wir das einfach mal. Runter, runter. Äh. Runtergefallen. Ja. Wieso wollte ich eigentlich automatisch schon auf die Restart-Taste drücken? Da hat noch gar nichts losgegeben. Das war auch spannend. Und so. Ja. Keep the space for first to auto jump. Über diese schönen Tipps wieder am Anfang einer Kampagne. Ich hätte es schon wieder fast vergessen. Okay. Hier sind wir richtig. Schauen wir mal. Oh. Bitte. Ich habe schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Das ist so ein... Echt so ein Trial and Error hier, was ich hier mache. Äh. Ne. Du, 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 du. Okay. Jetzt aber. Ach. Ich glaube, wir lernen uns gleich so den Ende dieser zwei M-Ball-Episode. Ich glaube, die 25 Minuten, aber was immer was waren, sind gleich um. Aber gut, eine Sache haben wir noch vor uns. Ich weiß, dass noch ein Lied vor uns ist und das sind drei Minuten. Drei Minuten habe ich noch Zeit. Da wollen wir mal. Da wollen wir noch mal alles geben jetzt, wa? So. Mal sehen, dass wir das hier schaffen noch in den letzten drei Minuten. Sonst wäre hier alles verloren. So. Und ich habe versagt. Oh, ich muss mich beeilen. Voll episch und so. Äh. Naja. Lieber nicht. Ich versuche mich einfach nur, Amy hier durchzuschlängeln. Und zack, die Bohne. Ah. Ich weiß nicht, ob ich das so schaffe. Scheiße. Das wird so knapp. Ich schaffe das nicht mehr. Und. So. Das ist ja klar. Jetzt bin ich auch noch ein Teil. Und. Äh. Ich muss mal warten, bis er sich ausgesprungen hat. Hier. Wo bleibt eigentlich Durin schlug? Da soll man eine vierte Kampagne machen. Warte, da sehen Sie sich drauf. Wahrscheinlich hat er gar keine Zeit mehr, der arme Kollege. Naja, egal. Kann man ja nichts machen, ne? Es gibt auch noch andere Kreative-Leute wie den Superperp A71 und sein UFO. Okay. Jetzt stopp. Genau richtig gelandet. Das ist ein kleiner Teil. Das ist, wo man überhaupt landen darf. Ach. Du Scheiße. Wie stellst du dir das denn vor? Wie soll das denn gehen? Ähm. Halt mal. Halt mal. Ich soll da gar nicht durch. Ich glaube, ich soll da gar nicht wirklich so durchspringen. Ich soll das anders machen. Ich soll da rüberspringen. Was natürlich auch irgendwie viel sinnvoller wäre. Oh. Oh. So. Jetzt aber. Okay. Jetzt. Ich gehe das nicht mal auf die Reihe. Ich will immer zu kurz springen, weil ich nicht zu lang springen möchte. Weil ich dann Angst habe, sonst wo zu landen. Aber ist das gar nicht so schwer? Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier so anstelle. So. Jetzt aber. Komm, komm, komm. Jetzt gehen wir hin. Jetzt gehen wir doch noch hin, oder? Äh. Bin ich noch rechtzeitig, schätze ich mal. Halt. Der Verrückte meint. Nicht. Äh. Okay. Jetzt aber. Komm schon. Das muss ich doch gebacken kriegen, ihr Ding. Scheiße. Okay. Jetzt aber. Komm. Jetzt aber einfach rüber. Wo geht's denn dann lang? Es geht einfach nicht weiter. Wisst ihr was? Ich lasse das Level einfach mal zu stehen und sage dazu gar nichts mehr. Ich bin einfach anscheinend zu blöd dafür. Ich schätze nicht. Kann doch sein, dass ihr in der Mitte durchfallen müsst da. Na, schauen wir nochmal nach, wa? Will ich jetzt mal ganz spontan sagen, dass wir da jetzt nochmal nachschauen. Äh. So. Werde gar nicht mal so sein. So, jetzt haben wir gleich keinen Ton mehr. Ich sehe schon, komm. Wir haben gleich keinen Ton mehr. Wir haben gleich keine Musik mehr. Musik ist gleich alle. Musik ist alle. So, zack. So. So. So, zack. So. So, zack. Und. Oh, noch einmal schauen. So, wunder, wunder, wunder. Jetzt fallen wir einfach mal hier durch. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hallo Leute, willkommen bei Ich sag jetzt tschüss Tschüss Leute Denkt euch euren Teil zu dieser Episode Wir werden uns irgendwann alle wiedersehen Im Gefängnis, schaut genau hin Oh, oh yeah Wir werden uns nicht verstehen Wir werden uns immer wiedersehen Wir werden über die Serpen Die sind total unter Wut Sieht aus Moritz Nein, wir können nicht, sie können Whatever die Hölle wir wollen Chainsaw Man Nein, wir sind strikt als Hör, Alter Ich liebe dich Ich liebe dich Gay shower sex Ich liebe dich Mo is gonna drop the soap es ist egal, ich sag nur hier oben, komm Loser Black Black Get off Get off Rennen No 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 You gotta run for a little bit Leave it alone Er hat sich trotzdem abgeknallt. Er hat sich trotzdem abgeknallt.